An diesem langsam zerfallenden Exemplar aus der Bibliothek der Kunstuniversität Graz kann man übrigens auch gut ablesen, dass das Buch regelmäßig benutzt und gelesen wurde. Man beachte die vielen zusätzlichen Bleistifteintragungen. Das Werk gliedert sich nach einem Vorwort insgesamt in drei Hauptkapitel. Im ersten beschreibt Alt aus seiner Sicht die Situation der Musikpädagogik allgemein und umreist die daraus entstehende Notwendigkeit der Veränderung von Musikunterricht. Im zweiten beschreibt er die vier Funktionsfelder des Musikunterrichts Reproduktion, Theorie, Interpretation und Information, wobei der größte Anteil der Interpretation gewidmet ist. Im letzten Kapitel entwirft er auf 14 Seiten ein Lehrgefüge, in dem er die unterschiedlichen Funktionsfelder der Musik den einzelnen Unterrichtsstufen der Schule zuordnet. Wie genau er dieses Vorgehen begründet, darauf kommen wir später zu sprechen. Was könnte es aber nun Besseres geben, als den Autor selbst zu Wort kommen zu lassen, was er denkt, dass sein Buch leistet? Also dann? Nach einer einleitenden Situationsanalyse und Ideologiekritik beschreibt eine umfassende Fachanalyse die einzelnen Funktionsbereiche der Musikpädagogik nach Teilziel, Unterrichtsform und Stellenwert im Fachganzen. Statt wie bisher möglichst viele praktikable Möglichkeiten in diesen Funktionsfeldern in breiter Streuung wahrzunehmen, auf dem blinden Aktivitätsdrang und vorwiegend nach dem Gesichtspunkt der Kinder- und Jugendgefälligkeit, soll vielmehr eine einheitliche Konzeption die musikalischen Übungskomplexe durchfluchten und auflichten, neu vermessen und neue Gewichten. Bei der hier anstehenden Neuorientierung der Musikpädagogik am Kunstwerk müsste die gesamte pädagogische Praxis umfunktioniert werden. Wie schon aus diesen Sätzen deutlich wird, klingt Als Sprache für uns heute ein wenig altmodisch. Deshalb noch einmal ein paar Aspekte herausgegriffen. Er möchte zunächst eine Situationsanalyse und Ideologiekritik der gesellschaftlichen Bedingungen in Bezug auf musikalische Bildung und musikalische Wahrnehmung vornehmen. Dann will er in einer Fachanalyse die Funktionsbereiche der Musikpädagogik vorstellen. Und alles dieses will er strukturiert und aus der Sache heraus argumentiert machen. Sachlogisch. Er will also gerade nicht einem blinden Aktivitätsdrang oder der Kindergefälligkeit nachgeben. An dieser Stelle merkt man schon, dass er sich sehr deutlich von den Maximen der musischen Erziehung abgrenzen möchte, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in der musischen Erziehung immer noch bzw. wieder gängig waren. Stattdessen ist sein Fokus ganz klar das musikalische Kunstwerk. Diese Kunstwerke haben eine Schlüsselposition in der Konzeption, die altmutig als einheitlich beschreibt. Er beendet die Einleitung mit den folgenden Worten. Diese Arbeit möchte zur begonnenen didaktischen Diskussion einen weiteren Beitrag leisten und zum Mitdenken einladen. Dabei geht es nicht so sehr um frühfertige, die weitere Entwicklung abriegelnde Ergebnisse, als vielmehr um die Auslösung einer die Grundlagen des Faches anrührenden Denkbewegung. Um zu erklären, wieso eine neue Didaktik der Musik überhaupt notwendig ist, beschreibt Alt aus seiner Sicht die gesellschaftlichen Veränderung, die soziokulturellen Bedingungen, wie es bei ihm heißt. Mit seiner Analyse war er in guter Gesellschaft. Auch andere Musikpädagogen, wie zum Beispiel Dankmar Venus oder Heinz Antholz, haben um das Jahr 1970 herum ähnliche Einsichten gehabt. Didaktische Überlegungen sind immer dann notwendig, wenn sich die Pädagogik einer neuen geschichtlichen Situation gegenüber sieht, auf die sie neue Antworten finden muss. Der Schwellencharakter, den die Soziologen unserer Zeit allgemein zusprechen, wird auf dem Gebiete der Musikpädagogik in einmaliger Weise verstärkt durch den revolutionären Einbruch der mikrofonalen Mittler in die Musikkultur. In keinem anderen Fachgebiet scheinen sich die Realbedingungen so grundlegend verändert zu haben wie hier. Das macht eine didaktische Neuorientierung, ja eine Revision insbesondere des Musikfaches, unausweichlich. Worauf Alt hier anspielt, das können Sie sich vielleicht denken. Die mikrofonalen Mittler, damit sind nichts anderes als die Schallplatte und der Plattenspieler gemeint. Diese wurden seit den späten 50er Jahren zum Massenmedium, was Alt natürlich wusste, weil er ja selbst eine pädagogische Schallplattenreihe herausgab. Wenn ich mir vorstelle, dass man Michael Alt zu seiner Zeit einmal eine Zeitreise in das Jahr 2020 hätte machen lassen können, was hätte er wohl zu den heutigen Massenmedien gesagt? Alt zieht aus diesen veränderten Realbedingungen folgende Schlüsse, die Auswirkungen auf den Musikunterricht haben. Erstens, der Musikunterricht ist nicht mehr der erste Ort, an dem Kinder mit Musik in Berührung kommen. Sie machen zahlreiche unsystematische Hörerfahrungen in ihrem heimischen Umfeld. An dieser Stelle müssen wir einmal innehalten und als Schlüsse kritisch hinterfragen. Man kann wohl bezweifeln, dass die Schule jemals der erste Ort der musikalischen Erfahrung war. Natürlich wurden vor der Erfindung von Radio und Schallplatte in den Haushalten auch schon Lieder gesungen und Instrumente gespielt. Alt spricht hier also von einer Utopie, die es so kaum gegeben haben dürfte. Und ob das überhaupt erstrebenswert wäre, steht noch auf einem anderen Blatt. Heute sieht man es doch eher so. Je vielfältiger die musikalischen Vorerfahrungen der Kinder sind, umso eher kann man im schulischen Kontext dann daran anknüpfen. Aber zurück zum Text. Die zweite Beobachtung ist interessant. Während Alt denkt, dass Musik in früheren Zeiten immer verknüpft mit bestimmten Funktionen und zu bestimmten Anlässen im Leben der Menschen auftrat, beispielsweise bei Tänzen, bei Festen, im Kaffeehaus oder der Kirche, so ist für ihn dieser Sinnzusammenhang heutzutage nicht mehr gegeben. Die technische Reproduzierbarkeit der Musik durch Schallplatte, Tonband, Radio, Fernsehen hat zu einer Massenkommunikation der Musik geführt, die es jedermann ermöglicht, jederzeit und jedenorts sich Musik zugänglich zu machen. Was früher eine festliche Ausnahme war, wurde inzwischen zu einem selbstverständlichen Teil der Lebensgewohnheit. Die Musik wurde allgegenwille. Aus diesen beiden Beobachtungen der kulturellen Gegebenheiten ergeben sich für Alt Aufträge für den Musikunterricht. Zunächst mal muss im Unterricht eine Anleitung für den sinnvollen, kultivierten, humanen Gebrauch der Mittler gegeben werden. Zum anderen soll eine neue musikalische Hörkultur befördert werden, die dem passiven Musikhören entgegenwirkt. Für die Inhalte des Musikunterrichts stellt Alt folgende Forderungen auf. Der Musikunterricht kann sich heute also nicht mehr damit begnügen, Formen der Anteilnahme an der Volksmusik oder an der humanistischen gebildeten Kultur zu entwickeln. Er darf sich nicht mehr einschränken auf einen umfriedeten Raum der Bildungsmusik. Die Funktion der Musik im Leben überhaupt, die Musik aller Funktionszonen, rückt nun in den Horizont der Schule. Das klingt ja alles recht fortschrittlich. Wir werden sehen, ob Alt diese Punkte nachher in seinem eigenen Konzept auch einlöst. Alt geht dann weiter auf den Musikunterricht ein und beschreibt drei Aspekte, die im Unterricht eine zentrale Rolle spielen sollen. Der Realaspekt, der Kunstaspekt und der Sachaspekt. Der Realaspekt bezieht sich auf die eben angesprochene musikalische Realität und das musikalische Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Er legt außerdem einen demokratischen Bildungsbegriff zugrunde, nachdem jedem Menschen die Gelegenheit gegeben werden sollte, sich mit den unterschiedlichsten Musikwerken vertraut zu machen, egal aus welcher Schicht, Kultur etc. er oder sie stammt. Der Kunstaspekt bedeutet für Alt vor allem eine Abwendung vom Musikunterricht als Singelunterricht und eine Hinwendung zum Musikhören als zentraler Umgangsweise mit Musik. Kommt Ihnen das vielleicht aus Modul 1 noch bekannt vor? Wissen Sie noch, wie der wichtigste preußische Reformer des Musikunterrichts hieß? Alt möchte jedenfalls in seiner kunstwerklichen Konzeption den Grundstein für einen Musikunterricht legen, in der Werkhören und Interpretation die wesentlichen Bestandteile sind. Dafür gibt er später den Leserinnen auch eine Auslegungslehre zur Hand, um die Interpretation von Musik praktikabel und erlernbar zu halten. Der Sachaspekt im Unterricht muss direkt auf den Kunstaspekt bezogen sein, denn für Alt kann der Kunstaspekt nur erfüllt werden, wenn der Unterricht den Aufbau einer geordneten musikalischen Vorstellungswelt unterstützt. Warum diese geordnete Vorstellungswelt so wichtig ist, beschreibt er an einer Stelle genauer. Nur so werden die Schüler instand gesetzt, die vielen disparaten Erscheinungen und Informationen der heutigen Musikwelt gedanklich bewältigen zu können und damit der Bevormundung durch die Bewusstseinsapparaturen zu entgehen. Insgesamt macht Alt in den ersten Kapiteln deutlich, dass er den Musikunterricht in der Pflicht sieht, einerseits Wissen und Kenntnisse zu vermitteln, die als Information eine Orientierung des jungen Menschen in der musikalischen Umwelt ermöglichen. Andererseits möchte er aber ganz klar auch die Kunstqualitäten der Musik ins Zentrum gerückt sehen. Hier stellt sich nun die Frage, welchen Kunstbegriff Alt denn überhaupt verwendet? Während er in einem Abschnitt länger über die zeitgenössische Musik und ihre Behandlung im Unterricht schreibt, wird er an einer anderen Stelle deutlich. Sogar sehr deutlich. Dieser Musikgebrauch in der Intimsphäre erscheint auch als eine Kompensation der Einsamkeit, der sozialen Isolierung, unter der Jugendliche heute leiden. Durch den Anschluss an das Neueste vom Tage im Schlager in der Jazz- und Zivilisationsmusik fühlt er sich aus seiner Isolierung herausgeführt und seinen Anschluss an die Außenwelt sichergestellt. Diese seelischen Untergründe der neuen Formen und Normen des Musikgebrauchs, den Fetischcharakter vor allem des Schlagers im jugendlichen Leben gilt es mitzusehen. Handelt es sich hier doch um emotionell aufgeladenes Musikgut, das festgelegt auf das unterste Mittelmaß des Menschlichen und des Künstlerischen, als Musik der Saison dem Jugendlichen den ersehnten Kontakt mit seinen Zeitgenossen suggeriert. Den Jugendlichen aus dieser Verstrickung zu lösen, müsste heute zu einer wesentlichen Aufgabe musikpädagogischer Lebenshilfe werden. Wow, das ist harter Tobak. Musikpädagogische Lebenshilfe also, um vom untersten Mittelmaß der Popmusik wegzukommen. Ich denke, wir können getrost festhalten, dass Alt hier einen normativ aufgeladenen Begriff von Kunst hat, der bestimmten Musiken von vornherein mehr Wert zu misst als anderen. Hier werden auch einige Widersprüche deutlich. Ein paar Seiten weiter vorne klang das doch noch ganz anders. Die ganze musikalische Realität sollte da Thema im Musikunterricht sein. Und es war lange nicht so wertend formuliert wie an dieser Stelle. Lassen wir das an dieser Stelle erst einmal so stehen und sehen wir im nächsten Video, wie Alt seine Gedanken zum Musikunterricht weiterentwickelt.